Nach zwei Unentschieden in der Liga will Fatih Chift mit seinem Rot-Weiß Koblenz endlich wieder einen Erfolg feiern. Dafür bietet sich die dritte Runde des Rheinland-Pokals doch bestens an. Allerdings ist der heutige Gegner keine Laufkundschaft, sondern ein Liga-Rivale. Kosmos Koblenz steckt als Aufsteiger aktuell mitten im Abstiegskampf in der Oberliga. Dieses Stadtderby braucht eine Viertelstunde, um in Fahrt zu kommen. Jonas Erzschahn mit einem ersten Warnschuss. Kosmos hat sich in diese Saison hineingekämpft. Zuletzt gab es zwei Sieger aus den letzten drei Spielen. Das gibt Selbstbewusstsein für dieses Pokalspiel. Djadjaj. Sie Warnovic, erster Abschluss der Gäste nach 19 Minuten. Und das Team von René van Eyck bleibt am Drücker. Donovan Makoma. Der hat eine richtig gute Idee. Uka Grote ist da. Die Szene ist aber noch nicht bereinigt. Kosmos holt sich den zweiten Ball. Joey Ndiaye. Der ist dann einer für Maximilian Grote. Aber die erste Chance, die hatte es in sich. Tolle Fußabwehr von Grote. Von Rot-Weiß kommt bis dahin fast nur Gefahr über Standards auf. Der Ball rutscht durch bis zum zweiten Pfosten. Aber auch Pascal Vivrott ist ein guter Keeper. Drei Minuten vor der Pause. Jetzt mal etwas aus dem Spiel heraus von Rot-Weiß. Ein langer Ball von Alcela. Dann setzt sich Terry Azare durch. Bekommt beim Abschluss. Aber kaum Druck hinter den Ball. So bleibt es. Nach 45 Minuten torlos. Kosmos hat optisch etwas mehr vom Spiel. Da muss im zweiten Durchgang mehr kommen von Rot-Weiß. Aber die erste Möglichkeit gehört wieder den Gästen. Der Ball kommt zu Makoma Grote ist da. Kosmos ist einem Führungstreffer näher. Auch wenn der zweite Durchgang deutlich Highlight-ärmer ist. Es läuft schon die 74. Minute. Foul an Jajaj. Es gibt Elfmeter für Kosmos. Schiedsrichter Fabian Schneider zögert keine Sekunde. Es gibt auch keine wirklichen Proteste. Den kann man so geben. Ungestümer Zweikampf von Ben Häuser. Dann beginnen die Psychospielchen. Nassif, Jajaj. Der gefaulte dritt selbst an. Und macht das ganz cool. 1 zu 0 für Kosmos. Noch ist eine Viertelstunde zu spielen. Aber dieser Treffer macht die Tür zum Achtelfinale schon mal ein Stückchen auf. Was kommt jetzt von Rot-Weiß? 79. Minute. Wozni ist das. Probiert es aus der Distanz. Aber Pascal Bivrod im Tor ist hellwach. Die Schlussminuten laufen. Es folgt eine eigentlich harmlose Situation. Aber am unteren Bildrand hat es ein Stoßen gegeben an Nao Oriyama. Schneider ahntet das und zeigt Dino Kiric dafür gelb-rot. René van Eyck ist gar nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Er muss seine Mannschaft für die letzten Minuten nochmal neu formieren. Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Rot-Weiß wirft natürlich alles nach vorne. Dann aber plötzlich Platz zum Kontern für Kosmos. Nassif, Jajaj gegen zwei Gegenspieler. Wohin? Zur Eckfahne? Ne, Jajaj hat andere Pläne. Zieht in den Strafraum und macht den Deckel drauf. Eine überragende Einzelleistung von Nassif, Jajaj. Mit seinen beiden Treffern wird er hier zum gefeierten Matchwinner. Denn Sekunden später ist dann Schluss. Rot-Weiß bleibt im dritten Pflichtspiel in Folge sieglos. Kosmos dagegen tankt weiter Selbstbewusstsein. Und feiert ausgelassen den Derbysieg.